I do not associate with... I do not associate with Nick? Kennst du das? Ja klar! Das kannst du nicht auf Stream sagen, Alter! With Al-Qaeda! Oh, geht's schon los! Godmode, Godmode, Godmode! Was ist denn danach auf Stream? Was? Ähm... Hast du was? Ich würde gerne schon Wayne gegen Ausfall... Ähm... Ich mach einfach mal gleich Julliard auf Deadpack. Ich trinke aber eigentlich nicht. Ich muss schon mehr trinken. Guck mal, ob von den anderen zwei Pulls nicht irgendwas lange nicht gespielt wurde. Ich glaub, die haben die Cue oder sowas. Nee, 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 nee. Also mach doch jetzt die Cue hoch. Du kannst mir Bescheid sagen, wie weit die ganze Pulls sind, dass dann die Leute sich nicht so weit nehmen. Vergleich das mal mit den anderen bitte. Und dann reden wir mit der Cue. Und dann reden wir mit der Cue. Hast du was? Doppelpunkt, ey! Er hat den Stock weggemacht! 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 Er hat den Stock... Also das war... Ohhhh! Julians Pull ist sehr weit. Ja? Ohhhh! Das ist doch geil! Lass mal Videosch und Mindful... Wenn deiner zurückhängt, dann mach deine Sets hier rauf und mach noch einen Set... Ich war voll dann in meinen D-Mod, als ich neu geswischt bist. Ich hab bei der Textdatei einen schon Wayne Gang aus... Es ist halt so ein Execution-Moment ist auch eigentlich ein bisschen... Mehr... Also mehr als das! Es ist einfach so ein... Kannst du dir das recht mehr sagen? Es schreibt zum Schreiben! Die ersten 6 Monate oder so, hat Mr. Love mich jedes Mal fertig gemacht, als ich so Box geswischt hab. Und es war... Also... Was für ein Video-Set? Also... Es ist praktisch, wenn wir das nächste Mal hier sind. Achso... Die kommen halt nicht so häufig her... Schon Wayne Gang aus... Okay... Ja... Ja... Ich würde nicht sagen, dass sie Low-Level sind... Aber so... Auf Mittlerweile gibt's auch so... Ich würde sagen, ich bin das schon Low-Level... Ich finde halt, dass ich zum Beispiel so Low-Mid-Level bin... Oh... Heeeinig... Was? Nicht? Ist schon High-Level... Ich bin doch nicht High-Level eigentlich... Sie sind höchstens mit-leveln... Jaaa... Wollte ich gerade sagen... Das ist doch so... Das ist... Oba richtig knapp gespielt... Der ist auch... Der ist Top-Level... Oba ist schon Top-Level... Er ist zwischen... Top- und High-Level... Nein, nein... Er ist definitiv Top-Level... Und wir kommen halt so... Wir können so Leute halt... Er hat... Schla... M-m-m-m... M-m-m... Du bist auf jeden Fall... M-m-m-m... Geh, ne? Also ich würd sagen, wir sind heiler. Ich glaub, wir sind jetzt alle heiler. M-m-m-mu ist das, glaube ich. M-m-m-m-m-m-m. Zuroz, soll mein Match gegen Strasseen jetzt trotzdem auch noch was machen? Ne, oder? Das ist jetzt schon von dem Bündel-Spurt. Ja. Ne, oder? Meerjang-Ling! Meerjang-Ling! Ja, soll es. Was habt ihr denn noch? Ich geh mal kurz rum und guck. Klingt wie erst, spielt es dann gegen Ausgleichung. Ey, das ist noch das erste Match, ne? Ja, es geht noch nicht so lang. Okay. Let's get the money. Ne, ne, nicht, dass ich hier was verpasse. Ich weiß nicht, also Alex scheint, er hatte am Anfang ein bisschen Defizit, aber jetzt bringt das lange noch zurück. Er hat halt diese Komori-Practice jetzt durch die Komori-Practice. Eigentlich kann Peach auf Dreamland nicht gewinnen. Warum? Weil man so hard out lame kann als Foxy. Ja, aber ich finde das ist bestimmt auch so, wenn du noch nicht so erfahren bist, ein bisschen schwer, dass man tatsächlich... Es ist super schwer. Ich weiß nicht, dass Stefan das immer durchzieht. Ja. Was hat Reisendopf im Motiv? Das ist, ähm... Ist das nicht dieser... Aber ich hab den Namen im Grunde mal gehört. Ha! Dieser Thought. All women are queens. Ich weiß nicht, was der andere mehr sagt. If she breathed... Jesus! Wow, das ist so schön. Das ist, das ist krass, wie du mit Nanda ja noch gerade geworden hast. Ja. Nice Adaptions wahrscheinlich. Aber Bruchstum schuppen den Kopf, das kann ich nicht zeigen. Sehr schön. Das war richtig schön. Die Jungs sind eigentlich Low Level. Was? Die sind nicht Low Level, sag ich. Ja, die sind nicht Low Level. Aber du weißt, was ich meinst. Die sind halt so... Keine Ahnung, wenn wir im Mid Level sind, dann... Lower Mids. Lower Mids. Der Unterschied zwischen uns zu denen ist halt nicht mehr... Der ist schon groß, aber nicht... Wird schon beides. Sogar... Ja... Ich glaub, Bruchstum kann ein bisschen eklig für Eisklammer sein, weil er viel spielt. Oh... Oh... Ja, das ist... Ich hasse, dass das was hinbekommen ist. Was war... Was war denn... Du kriegst einen Up-Tilt und der ist halt bei 0% oder so und der hat die nicht gesc'd. Dann kriegt der so ein bisschen hoch, aber der Hitstack ist nicht hoch genug, dass du noch ein Up-Tilt zählst. Boah, das war richtig krank, Alter. Ich glaub, so... Run of Shine. Und dann wird halt der zweite Up-Tilt gesc'd und du hast getaunt. Na, schuldig zu viel kalt. Ich bin kein Top-Spieler, Simon. Oh, oh. Okay, Leute. Haben wir die nächsten Begegnungen? Schlechte Trasher. Wollen wir mal ganz kurz schauen, welche davon am besten als nächstes sein sollen? Also... Null Suppe gegen Geld... Nee, das ist Zerstörung. Also... Null Suppe gegen Geld-Junge. Aber Geld-Junge sollte auch mal... Ja, er sollte auf jeden Fall streamen spielen. Ja, ich bin für Null-Junge. Ja, den hatten wir noch gar nicht anlassen. Dann machen wir die als nächstes. Einfach nur so, um Geld-Junge zu showen. Aber warte... Showcase. Wir haben jetzt eh... Wir haben jetzt Spacey... Guck dir mal an, wie... Es ist grad richtig dominant von Alex. Ja, geil. Wir haben grad Spacey gegen... Ja, geil. Und dann würde ich danach mal... Weil der Kuhl hängt ihn zurück... Würde ich danach... Vielleicht Vicky aus Alex oder so... Ja, oder... Oder Alex spielt da auch... Oder Ophys... Nee. Wir machen... Ophys Strossing als nächstes und dann... Oder wie das mit Schuhl hängt ihn raus? Ja, wir machen uns schon mal gegen ihn raus. Das ist eh der Plan gerade. Schöner. Nice. Wer ist Alex? Der ist Alex. Der ist der letzte Spiel auch so raus. Ja, genau das ist. Er ist... Er ist... Er ist... Er ist... Thüringen? Ja, Thüringen. Ich schau da. Wie geht jetzt so aus dem Thüringen? Er ist schon Lidzu. Er ist halt immer First Team, oder? Ich glaube, gegen Geld-Junge könnte er... Streamer-Flag noch machen. Äh... Hast du noch Sets, die du uns spielst? Aber ich hab euch gesagt gegen Alex... Ja, ich hab Alex da... Spielen wir erstmal andere Sets noch. Wir machen euch danach... Ja, ja, stimmt. Also in 2-3 Sets. Aber ich weiß nicht, das kannst du halt von Red Result richtig so backen. Du kannst das von mit Red Result leider nicht so backen bleiben. Krass, wie dominant er doch ist. Man weiß halt, wie sie spielen. Ja, also Skill-Bytes hab ich ja auch gesagt. Ja, das ist halt schwer zu... Weiß ich, vor allem, weil die Bayern haben ja die Leute authentisch hochgehalten. Und dann... Fandest du, dass Irfan die beiden richtig hochgehalten hat? Das fand ich nicht so schön. Ja, doch. Von dem, was ich jetzt gehört hab, hab ich schon so... Ja, das waren die anderen. Aber als wir da mit Irfan gestibelt haben, fand ich nicht, dass Irfan... Nein. Genau, aber wir haben halt... Wir haben halt... Also er hat halt nichts dagegen gesagt, dass ich halt Goldjung und Ritka... ...so... ...mit die beiden auf ein Level fangen kann. So ehrlich, ich den Einwand... Let's go! Gutes Set! Let's go, Alex! Stark, Alex! Mann um Arzt nicht, wenn man gewonnen hat. Hä? Das hat Käsewitz...